Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Luca Mollenhauer und ich betreue beim Bildungsserver die Themen digitale Bildung und digitale Infrastrukturen. In der heutigen Folge soll es um digitale Kompetenzen gehen. Hierzu habe ich mich auf dem Bildungsserver und im weiteren Internet umgesehen und wichtige Grundlagen, Dokumente und Studien zusammengetragen. Zunächst aber eine grundsätzliche Klärung. Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff der digitalen Kompetenzen? Nun, eine allgemeingültige Definition gibt es nicht. Allerdings hat sich seit Ende der 2000er durch zahlreiche Publikationen ein gewisser Konsens herauskristallisiert. Als Ursprung kann das Jahr 2006 gesehen werden, als die Europäische Union die digitale Kompetenz als eine von acht Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Lernen benannt hat, neben unter anderem sprachlichen oder sozialen Kompetenzen. Aus dieser Festlegung heraus entstand der bis heute relevante Europäische Referenzrahmen für digitale Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger, kurz DICCOMP aus dem Englischen für Digital Competencies. Dieser Referenzrahmen der EU definiert fünf Kompetenzbereiche wie Informationskompetenz, Sicherheit oder Inhaltserstellung. Viele der neueren Publikationen zu digitalen Kompetenzen beziehen sich auf diesen EU-Referenzrahmen, der somit eine wichtige Rolle einnimmt und weitere Kompetenzmodelle prägt. Eine Besonderheit ist der Digitale Kompetenzrahmen für Lehrende, kurz DICCOMP-EDU, der die digitalen Kompetenzen für Lehrende aus verschiedenen Bildungsbereichen definiert. Und was bedeuten diese Referenzrahmen nun hier in Deutschland? Nun, die Kultusministerkonferenz KMK hat mit ihrer Strategie Bildung in der digitalen Welt ein wichtiges Papier veröffentlicht, das die Digitalisierung in der Bildung maßgeblich prägt. Ein Kernelement hiervon ist der Kompetenzrahmen. Hierbei sind die Länder folgende Verpflichtungen eingegangen. Allen Schülerinnen und Schülern, die bis zum Schuljahr 2018-19 in die Grundschule eingeschult oder in die Sekundarstufe 1 eingetreten sind, muss es ermöglicht sein, bis zum Ende der Pflichtschulzeit eben jene Kompetenzen zu erwerben. Nach diesen theoretischen und politischen Grundlagendokumenten wenden wir den Blick nun in die Praxis. Wie sieht es denn aus mit der Umsetzung dieser Kompetenzen in der Schule und wo stehen deutsche Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich? Hierzu wurde 2013 und 2018 die ICILS durchgeführt. Das steht für International Computer and Information Literacy Study. Mit dieser Studie werden die digitalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich untersucht. Nach der ersten Studie 2013 wurde dieses Jahr die Folgestudie veröffentlicht. Insgesamt nehmen 14 Länder von verschiedenen Kontinenten an der Studie teil. Und das Ergebnis für Deutschland? Nun, es ist durchwachsen. Das Ergebnis löst keinen Schock aus, wie Pisa im Jahr 2001, aber ist auch sehr ernüchternd. Das größte Problem liegt womöglich darin, dass die Ergebnisse für Deutschland stagnieren, wohingegen andere Länder in den letzten Jahren deutliche Schritte nach vorn gemacht haben. Darüber hinaus zeigt sich, wie so häufig in Deutschland, dass schulische Erfolge oder in diesem Fall das Beherrschen digitaler Kompetenzen sehr stark an den sozioökonomischen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler gebunden sind. Zwar führen Kritiker der Studie an, dass Maßnahmen wie der Digitalpakt zum Testzeitpunkt noch nicht in der Umsetzung gewesen sind, doch kann der Fokus auf Hardware und Ausstattung beim Digitalpakt Zweifel aufkommen lassen, ob die Schülerinnen und Schüler bei einer möglichen Folgestudie im Jahr 2023 wirklich besser abschneiden würden. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch zwei Links mit auf den Weg geben. Das Portal Bildung.digital ist ein Angebot der Deutschen Kinder- und Jugendhilfe und stellt Konzepte, Ideen und Erfahrungen verschiedener Schulen bei der Umsetzung und Verankerung von digitaler Bildung im Schulalltag vor. Darüber hinaus gibt es eine Toolbox, die hilfreiche Instrumente vorstellt, die bei der Entwicklung und Verankerung von Konzepten zeitgemäßer Bildung an Schulen unterstützen. Der zweite Link greift auf den angesprochenen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen von Lehrkräften zurück. Die EU bietet auf ihrer Website einen Selbsteinschätzungstest, der sich an Lehrende aus Schulen, Hochschulen oder der Erwachsenenbildung richtet und es ermöglicht, anhand von mehreren Fragen seine eigenen Kompetenzen einzuordnen. Diese und alle weiteren Links finden Sie im Blogpost zu dieser Folge auf blog.bildungsserver.de und natürlich auch in den Shownotes auf Ihrem Smartphone. Sie können den Podcast des Deutschen Bildungsservers auch über die Podcast-App Ihres Vertrauens auf Ihrem Handy abonnieren. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.dipf.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.